Einen wunderschönen, da bin ich wieder euer Odin. Ich komme gerade frisch vom Tätowierer. Da habe ich ja auch schon Videos gemacht. Und habe im Briefkasten was gefunden, von Inge und Heinz. Das ist ja meine Lieblingsband, die hieß früher inkompetent. Die heißen jetzt Inge und Heinz. Gucken wir mal was da schön drin ist. Dann erstmal liebe Grüße an die Sandra, die da an mich gedacht hat. Poster, genau. Das muss ich so machen, dass ihr das auch seht. Das ist ein Poster. Geile Sache. Ich habe leider kein Poster mehr, wo sie inkompetent heißen. Da ist noch mehr drin. Auch nochmal Inge und Karl-Heinz in Weiß. Ach, aber Aufkleber haben sie noch. Inkompetent. Also das ist der alte Name. Und dann Inge und Heinz, Feuerzeug. Sehr geil. Super Psycho. Geil. Das ist auch eine Band aus meinem Ort. Super Psycho. Die finde ich auch ganz okay. Die sind auch toll. Die haben auch noch keine CD draußen, glaube ich. Wenn, dann müsste ich mir das besorgen. Neues Album. Ab dem 01.04.2016. Musik zum Möbel. Was? Musik zum Möbel. Aufbauen. Inge und Karl-Heinz. Musik zum Möbel. Aufbauen. So. Da muss ich dann auch. Ach, einen Zettel habe ich auch noch mit drin. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Aber ich hatte deinen Umschlag sowieso schon vor Ewigkeiten zusammengepackt. Doch dann irgendwie verbummelt. Leider habe ich auch kein inkompetent Poster mehr. Dann. Daher hier eins aller Inge und Karl-Heinz Poster. Und das aktuelle. Ich habe aber noch ein paar inkompetent Sticker gefunden. Unsere neue CD. Musik zum Möbel. Aufbauen. Erscheint am 01.04.2021. Also ist schon draußen. Sie ist, falls du Interesse hast, über HP oder auch Amazon erhältlich. Oh, cool. Muss ich gleich bestellen. Muss ich gleich mal suchen. Dann packe ich den Link mit drunter. Amazon erhältlich genau wie unsere LP. Upsa. Der Titel Tonne ist übrigens auch auf Musik zum Möbel. Oh, geil. Tonne. Ich liebe dich. Lieb Tonne. Das ist geil. Darauf hast du doch schon lange gewartet. Ja. Schau doch auch mal bei uns auf der Facebook-Seite vorbei. Die werde ich auch verlinken. Ansonsten gibt es auch noch am 17.04.2016. Ja, das ist auch schon vorbei. Ein neues Video auf YouTube. Das möchte mal, was? Das möchte mal live in Nücke sind. Wir beide. Und am Freitag auf der Feuerwehrbühne. Cool. Ja, da erstmal fette Danke an Sandra. Ich werde jetzt gleich bei Amazon erstmal nach Inge und Heinz suchen. Und werde mir natürlich die CD bestellen. Und die andere CD auch, weil die fehlen mir ja noch. Ich habe nur die Inkompetenz-CDs, die drei. Plus die vierte vom Live-Mitschnitt, also der Live-Mitschnitt, wo sie in tiefen Brunnen aufgetreten sind. Die habe ich auch. Und mehr habe ich leider nicht. Und die DVD habe ich. Und ja, jetzt brauche ich halt die Behen hoch. Noch die neuen. Mit dem neuen Namen. So. Das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Ich werde die Links für euch unten drunter packen. Ich bin weg. Ahoi, sagt euer Odin.